Das sind die Menschen, die andere, die Nachbarländer. Ja, und da unten ist auch einer der Einwissenden. Das sind die Menschen. Wir haben sogar gerade einen Lied zum Muttertag gesehen. Habt ihr keine Menschen, das sind Gattes. In Rheinland, so hat man das nicht, oder wie? Das ist ein Sauchlis. Also, wir haben ja auch nicht, das sind die Saarländer. Ja, das ist noch heiß. Die Welchen, das sind die Walnüsse. Die kommen aus den Frankenländern einmal und haben lange Zeit zu uns gekommen. Das sind bei uns am Rhein die Welchenüssen. Und so sind die Welchen die französischen Nachbarländer. Und aus diesem Land stammt der Frau in Betanz. Sie ist schon wieder im Bildungsauftrag. Und natürlich muss er etwas schwer zu sagen. Ja, dafür wird es ja bezahlt, ne? Ja, bezahlt. Aber der will. Jetzt sind noch die Bundeskanz. Ja, und sie müssen sie. Ein alter Holzschuh-Tanz, den wir kombiniere mit einer FÖF-Fisch-Torle von Malta. Ja, da schauen wir mal, ob wir es am frühen Morgen hinkriegen. Ob wir den Schocken mitmachen. Willst du ein bisschen mitmachen? Ja, komm. Du sollst nicht, du kannst. Ei. Ja. 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 Musik 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 Musik